Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Lucky Block Battle mit am Start der Basti Und wir haben heute wieder neue Lucky Blocks und zwar die Batman Lucky Blocks auf so einer richtig krassen Zuschauer-Map Die ist richtig nice. Der Basti hat da auch schon eine Folge aufgenommen für sich Könnt ihr mal vorbeigucken. Oh, was habe ich da bekommen? Bats Blade. Nice, diesmal habe ich sogar Glück Was habe ich da jetzt Glück? Bat Cannon. Nice Diesmal habe ich Glück. Oha. Ja, komm Ja, komm. Endlich habe ich auch mal Glück, ne? Okay, da kam jetzt nichts Gescheites raus Und Leute, nicht wundern, dass hier ab und zu mal irgendwelche Items rumliegen. Wir haben wie gesagt schon eine Runde für Basti Aufgenommen. Oh mein Gott, was hat mich da jetzt Was war das denn? Irgend so ein schwarzes Viech, wo mich geblendet hat. Ah, jetzt geht's wieder Oha, was ist das? Sona Sword Oha, krass Banes Bomber Da kommen ja richtig krasse Sachen raus gerade Oh, nice, man Oh mein Gott, Joker Fett Der sah aber nicht so cool aus wie der aus dem Film Oh, wieder so ein Bomber Nice Tolle Sachen Ja, ich auch, übel Alter Der Joker, der gibt dir einfach ein Neuse oder so Oha Krass Okay, Bad Boots Ich muss ein bisschen was loswerden hier, sonst Hab ich keinen Platz mehr für anderen geilen Stuff Speed Oha, die kann ich nicht gebrauchen Die auch nicht, die auch nicht Die auch nicht, das auch nicht, das auch nicht Jetzt kann ich mir Darkest Soul Rifle, Darkest Soul Rifle Hab ich Dreimal So, ich bin fertig mit Auspacken Ja, chill Ich brauche noch ein bisschen So Dann geht's jetzt mal weiter Hier oben Ja, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Oh, nice Da habe ich jetzt mal richtig viele Tränke bekommen Vielleicht ist was Gutes dabei Oh ja, da ist was Gutes dabei Oh ja, da ist was Gutes dabei So, kriege ich hier irgendwie noch Was cooles oder so Ja, auf jeden Fall Ganz viele Waffen Zack 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 Ja, TNT TNT, ein Rüstungsteil wäre mal überhaupt Geil Oh, was habe ich hier bekommen Wieder dasselbe Und dasselbe Brauche ich eigentlich nicht 24 Nehmen wir mal das Einfach alles Ich habe jetzt noch vier Blöcke Dann wäre ich Fast soweit Nice Genau das wollte ich sehen Okay, da kam jetzt nichts raus Diesmal habe ich auf jeden Fall mehr Glück Strange Ähm Protection Protection Die sind glaube ich gleich Zone 3 Ja, die sind gleich Das kommt mal alles weg Boah, die ganzen Waffen probiere ich jetzt aus So, zack Fire Resistance for Regeneration Oha Du lebst aber noch, oder? Ja, ja Ich warte halt bis ich fertig bin Ja, ja, okay Night Vision Jump Boost Aha Die werde ich mir auf jeden Fall reinziehen Okay Moment, ich bin gleich fertig Sofort Jump Boost Speed Speed Die kann man sich alle mal geben So, jetzt werde ich soweit Fertig Aber ich mache einmal kurz Spawn Point Dann slash kill Dass ich wieder voll bin Dankeschön Okay Ich wäre bereit Dann let's go Alter Wo ist er? Wo ist der Schlingel? Von welcher Seite kommst du? Von rechts, oder? Also von deinem links? Ich weiß nur, dass du da hinten irgendwo bist Weiß ich nicht Oh mein Gott, fuck Bist du in Lava gefallen? Ne, ne, alles in Ordnung Alles okay Ich bin da, wo wir das erste Battle gemacht haben Ne, ich bin jetzt auf der anderen Seite Ja, aber da habe ich gestartet Achso, ja, dann komm auf die andere Seite Ich bin schon in die Richtung gelaufen jetzt Warte Ich bin da, wo du jetzt ausgepackt hast Ja, warte ich komme zurück Habe ich noch Ich gönne mir jetzt mal wieder eine Regeneration Ja, ich sehe dich Was war das für ein Battle, man? Richtig konzentriert Richtig konzentriert Keiner redet What the fuck Okay, weiter Warte, ich mach kurz slash kill Was hast du für ein Schwert? Äh, das heißt Sona Sword Ich bin jetzt wieder da, wo ich ausgepackt habe Ja, ja, ich komm Zack So Auf geht's diesmal Nice Okay, jetzt habe ich leider keine Potions zum Werfen mehr Aber es dürfte auch so gehen bestimmt Was habe ich denn hier noch Jump Boost Speed Komm, das kann man sich mal geben Slowness Weakness What the fuck Ja, wo ist er denn? Der liebe Basti Jetzt probiere ich nochmal eine andere Waffe aus Wie heißt die? Banes Bomber Hast du die auch? Äh Oh ja, das ist die Die Waffen sind echt cool, muss ich sagen Ja, die sind cool gemacht Nice, auf jeden Fall Also Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt ihr mir einen Daumen nach oben Wir waren jetzt heute mal richtig konzentriert beim Fight Die Dinger sind halt neu Da muss man gucken, was man so drauf hat und machen kann Wenn es euch gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch und bis dann Tschüss Das war's Das war's Das war's Das war's